Ich befasse mich mit allem, was in der V.Moderne auf Arabisch geschrieben wurde und zur Literatur im weiteren Sinne, das heißt Schrifttum, gehört. Und diese arabische Literatur stammt aus drei Kontinenten, Europa, Nordafrika und West- und Zentralasien und ist von Individuen verfasst, deren Muttersprache oft nicht das Arabische war. Der Zugang zur arabischen Literatur hing einzig von der Beherrschung dieser Schriftsprache ab und diese war erlernbar. Autorenschaft war also offen und selbstselektiv und auch Mittel zur sozialen Mobilität. Ich habe mich sehr lange mit einem Fabelwerk befasst, das heißt Kalila Uedimna, ein der Bibel vergleichbares Buch fast, sodass es in 40 Sprachen existiert. Dieses Buch ist heute vergessen und ich möchte es wieder einer Leserschaft zurückerobern. Nämlich gerade zur Zeit, wo viele Menschen aus dem Nahen Osten hier zu neuen Bürgern werden, ist es wichtig, dass die Kultur, zu der sie gehören, hier auch besser bekannt und zu Hause ist. Sie haben schon den Eindruck bekommen, meine Damen und Herren, Frau Gründler gehört zu jenen Forscherinnen, die Wissenschaft auf einem außerordentlichen Niveau betreiben, aber auch als Auftrag verstehen, gegen jene Form von Populismus, Ressentiment, Xenophobie anzuarbeiten, die Zusammenhalt und Grundlagen unserer offenen Gesellschaft infrage stellen. Frau Kwanne-Brand hat darauf gerade angespielt. Philologisch vorbildlich wie methodisch originell rücken ihre Arbeiten dabei die reiche arabische literarische Tradition ins gesellschaftliche Bewusstsein, machen sie in ihren interkulturellen Bezügen erkennbar und stellen so auch die Frage nach den kulturellen Grundlagen der Moderne, der westlichen Moderne auch, diese Frage in einen ganz neuen Zusammenhang. Schon ihre 1993 entstandene Arbeit über The Development of the Arabic Script bestach dabei durch empirische Dichte, rekonstruierte sie doch mit hoher historischer Kenntnis erstmals die Bedingungen, die Implikationen und epochalen Folgen eines vorangegangenen Medienwandels, der Erfindung des Papiers nämlich, und eröffneten damit ein Forschungsfeld, das Frau Gründler seither zu einer umfassenden Mediengeschichte der arabischen Welt ausgebaut hat. Nicht weniger originell war auch ihre bei Wolfhard Henrichs in Harvard entstandene Dissertation über das Herrscherlob Ibn Arumis, eine Studie, die erstmals eine der wichtigsten Gattungen der vormodernen arabischen Dichtung erschlossen hat und entsprechend international weit beachtet worden ist. So eröffnete Frau Gründler seit ihrer Promotion in Harvard 1995 einer langjährigen Lehrtätigkeit in Yale zwischen 96 und 2013 und ihrer Berufung an die FU Berlin 2014, eröffnete sie der Arabistik also immer wieder neue Zugänge und Horizonte, auch weil sie in ihren Arbeiten elegante Weltläufigkeit und analytische Virtuosität gekonnt miteinander zu verknüpfen weiß. Kein Zufall also, dass auch ihr gegenwärtiges Editionsvorhaben, eben das der Fabelsammlung des Kalila Wadimna, wovon sie gerade in dem Film auch gesprochen hat, dass dieses Editionsvorhaben mit großer Spannung erwartet wird. Und ich darf sagen, auch von Medievisten, die ein bisschen was von Johannes von Capua und Antonius von Pfau wissen. Für dieses Vorhaben, liebe Frau Gründler, kommt der Leibniz-Preis nun also gewissermaßen just in time und er wird Ihnen die Realisierung dieser Edition hoffentlich so einfach wie nur irgend möglich machen, damit alles sich auf die philologische Arbeit konzentrieren kann. Herzlichen Glückwunsch zum Leibniz-Preis. Applaus Das ist im Wesentlichen der selben Text. Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Nein. Frau Gründler, das ist gut. Danke. 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 Danke.